Willkommen! Mein Name ist DadiroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pro Force! In der jetzige Folge haben wir lange Lernzeiten erledigen müssen und haben gegen ein paar Außen-Empfe? Fragezeichen? Oh, das sehe ich jetzt mal nicht ein. Schönen Niveau! Was? Vielleicht wieder ein unnötiger Tod. 3, 2, 1, GO! Nochmal! Oh! Ja! Die Kamen mit der Gummerei! 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3 und 3. Oh, ich bin down. Ich bin jetzt gerade in den Augen. Ich bin jetzt schon wieder in den Augen. Oh, ich bin jetzt bist du. Oh, wir können Schüsse ablernen, ok. Verbrenn ich euch nicht? Kein Problem. Ich werde euch nicht ansonsten erledigen. Oh Gott. Wie die mit den Messern so wegfliegen, finde ich so richtig geil. Komm, ich hätte schon ein bisschen was. Ja, fahre, du ich. Oh, hey. Komm, wir sind ja auch weg gegangen, alle. Ja, wieso ich jetzt so gut kommen? Hey, hey. Da ist voll umfährt. Diese Segen so unfair, ne? Nicht umbringen, das ist verdammt nochmal gefährlich Aber das ist aus professionellen Bros Was ist das? Hm... So... Tod? Du Blödes? Da war schon wieder Ziel, ey, ich breck jetzt hier noch So... Wollt ihr da posen? Wollt ihr das brauchen? Wollt ihr nicht zur Sache? Wollt ihr nicht zur Sache? Wie Alarm Bros Wollt ihr jetzt mal bauten? Wollt ihr das? Wollt ihr da? Wollt ihr da? Was ist das? Oh nein, hab ich mir überlebt noch. Rotor ist auf. Rotor ist immer gut bei. Gegner, die auf einen Weg kommen. Fette Tonne. Waffe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe da durchgekommen. Das ist hier. Was ist das? Alter, Alter. Ich versuchte der Säge auszuweichen. Und bin in die andere reingesprungen. Das macht Sinn, oder? Ey. Mein Gott. Warte mal. Tsch. 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 Nein. Oh. Diese Dinger. Ich achte auf die nicht. Mann. Mann. D. Oh. Zeh. Sch Melanchol. Ch Mys Як. Ich kann closed your defaultľa. Ja nehm. numbers. O. M. Typ. Mein Fantastico. B makes the cars suck. Boah, nicht. Boah, ich wusste es. Irgend so ein Pisser trifft mich. Ich wusste es. Bis dann. Man kann sich nicht mit Segel oder so da hochfahren. Was ist das? Aufschluss. Was ist das? Max? Gut. Oh! Meine Bros, ich habe euch gerettet. Oh Gott. Nein, mein Bruder. Oh, das geht jetzt. Leider in die Richtung und mal. Dann gehe ich mal hin. Romance. Boah. Okay. Oh, okay. Cool. Mal wieder benutzen. Oh mein Gott. Okay. Ach, mein Gott. Wo ist das? Wie ist das? Oh mein Gott. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Was ist denn los? Räubchen, was? Da ist der Teufel! Also hauptsache die Turnier nur einen Speyerpunkt hinpacken, ne? Die Amerika! Oh! Hat man noch so eine Granate geworfen? Okay, wenn man das mal schade... 24? Das habe ich wirklich gelesen? Und kein Ladebildschirm von überdurchschnittlicher Länge. Und zwei... Warum kommen wir jetzt zwei Dinge schon wieder? Warum kommen wir schon wieder zwei Checkpoints? Was? Oh, Zeitlupe, oder? Oh! 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 Ich hab den auch! Ja, gut! Na, keine Bonus-Resort. Ja, vermacht! Alright. Ich hab ihn schon wieder… Der könnte sich einsetzen eigentlich mal! Ah! Pistol! Du Sack! man mit den töten vielleicht mal versuchen da schon die krise Oh, du bist sicher. Alter, wie schnell der da wieder hingekommen ist, man. Oh, ja. Oh, ja. Ja, weiter. Ich kann das Bistur. Fynn! Wie ist das? Oh Gott! Ja, okay, weiter. Du sagst, ey! Ich wusste, der da kommt, Mann! Der fliegt, ey. So, vergiss dich, dass mich... In diesemSAу... Kommt hier ein Ergebnis, geht es gut. ja alter was wird hier wohl schaffen noch nicht partner muss wahrscheinlich gegen natürlich kämpfen am ende meine eisern Häuste laufen Jetzt geht er mit dem Rolltouch Jetzt wird ein Schlag weg Mir hat die ganze Zeit einen Mund bewegt Das macht mich weit nicht Oh mein Junge Oh mein Junge Oh mein Junge Let's go Let's go Noch vier Leben Ich werde hier wohl schaffen Oh mein Oh mein Oh mein Junge Terrorcrawler The Culmination of Death Terror and Alien Threads Auf jeden Fall Auf jeden Fall Alter Alter Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist auch scheiße Den kann ich nicht brauchen Boah 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 Echt Da kommt Da kommt so ein einzelner Soldat runter Oder Terrorist Mann Vor allem jetzt muss ich immer mit einem Leben Ne zwei Was Ist auch voll unfair Boah Ist das schon wieder lieb Da kommt so ein Oh mein Oh mein Wie soll ich denn den Eingriff ausweichen Wie soll ich denn den Eingriff ausweichen Wie soll ich denn den Eingriff ausweichen Was Da kann ich mich auch nicht verstecken in dieser Was Wie soll ich denn da schürfen Wie soll ich denn da schürfen Da Zuhören Das Schlürzt dich auf Nein Das gibt's doch jetzt nicht Er war doch so gut jetzt Den bitte nicht Den bitte Den bitte Ja Der Gift eigentlich, der ist das Nebenleben, schocken wir leider Nein, warte, warte Oh Warte zum Ey, das gibt's zwar einfach nicht Er ist so Bro abhängig Mann, gibt's doch nicht Ja, nackt, soll ich gegen den anderen was machen? Vor allem, wenn er immer so schnell kommt Oh, kacke Ja, das bin ich nicht Oder so, weißte Erstmal versucht, hab Oh, mach mal ganz gut 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 Oh, ich bin ganz sicher. Oh, ich bin ganz sicher. Oh, ich bin ganz sicher. Hey, hey. One? Was? Oh. Nein, 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 der wäre gut gewesen. Und die ist auch gut. Und dann gehen irgendwann die Dinger aus, die Torenschüsse. Das war gar nicht perfekt hier. Dann werden wir nicht alle beschaffen. Oh ja, super blöde los. Mein Gott, warte so. Ich glaube, ich bin jetzt auf einmal rüber. Nein, 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 das gibt es ja nicht. Ich dachte, ich habe noch einen. Oh, ich wollte gucken, was dieser Schlag macht. Super. Ja. Ich habe nicht gesehen. Vielleicht ein bisschen gescheatet, aber guck mal. Ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass ich nicht gesehen habe. Was ist das? Oh, ich habe auch Arnold schon, wie das bei mir kommt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, Mann! Komm, komm, komm! Nein, 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 der drückt mich um! Ah, ich will nicht. Und noch irgendwo ein Bro, komm, komm! Ja, das schaffe ich doch nicht! Boah, ernsthaft? Mann! Gib's doch nicht! Boah! Musste das wirklich schon wieder sein, ey! Boah, ey, Junge! Boah! Was ist das? Nein! 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 Was? Was? Bleib doch einfach mit Bro, mit den Tütern! Bombe und... Boah! Boah! Ich krieg die... Jetzt... Oh mein Gott, das war Scheiße! Das... Wird irgendwie awesome! Okay. Was? Ich hatte ja hier ein paar Ben! Und wir sehen uns im nächsten Mal von der Netflix-Play-Bro-Force! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!